Moin meine kleinen Grießbrei-Naschkätzchen, heute mal was ganz anderes. Meine Mutter hat zwei Pflegekinder seit 5, 6 Jahren und die dürfen heute bei mir nächtigen, inklusive meines Neffens, der ist nämlich auch zu Besuch. Das wird ein richtig bunter Abend, die sind zwar schon 14 und 16, aber die werden alle viel zu schnell erwachsen, deswegen machen wir einen richtig bunten, beschissenen Chaos-Abend hier bei mir. Und Udo, den habe ich auch noch eingeladen. Ich hole die jetzt erstmal ab. Mein Konto ist heute euer Konto. Echt? Ne. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Uniform, wir brauchen Spielzeug. Das sind Jonas, Fion und Jan-Jürgen. Für den heutigen Abend, aus coolen Gründen, kriegt ihr noch beschisseneren Namen. Gilbert, Jamal und Jan-Jürgen. Leute, wir müssen einen Schlafplatz bauen. Ich habe mich vermessen, Jungs. Gilbert und Jan-Jürgen schiebt das Ding, genau. Jamal, die Matratze muss dazwischen. Es wird Zeit für eine Rede. All eure Freunde sind im Urlaub und haben eine wunderbare Zeit. Und ihr dürft Zeit mit mir verbringen. Was kann es Schöneres geben? Ich glaube nix. Du machst die Pinata fertig und hängst sie da oben auf. Gilbert, nach oben, ich schmeiß das Ding hoch. Der muss hier irgendwo hängen. Runter, runter. Einen Tick noch höher. So, die Pinata hängt. Wir machen jetzt Waffentests. Verschwinde aus meiner Stadt, Gilbert. Mach mal so einen geilen Actionsprung vom Sofa auf die Matratze und ich schieße dich dabei ab. Schuhe ausziehen? Ne. Er hat geschossen während der Vorwärtsrolle, der Klöck kommt. Du bist ja immer noch am Nachladen. Hast du ein Ding nachgeladen? Ich schippe die Tür auf und dann machst du da eine Vorwärtsrolle rein. Ich kann gar keine Vorwärtsrolle. Du kannst eine Vorwärtsrolle. Du bist ja noch immer in meiner Stadt. Was machst du so ein Radau? Soll ich hier draußen erfrieren oder was? Sommer, du Klötel. Mit Regenjacke. Du verhaust jetzt die Pinata. Da kommt dann... ...dach hin, dach hier raus. Ich habe ja keine Schuld. Du hast das Ding kaputt gemacht. Du hast wieder halbherzig... Nein, du hast das kaputt gemacht. Du hast wieder halbherzig festgebunden. Ich soll's... Wir machen das schnell, aber nicht so. Im Unterschied, das kaputt zu hauen und das Ding abzuhauen. Wusstest du, dass Udo in seinem ersten Leben Actionheld war? Action, Udo. Du bist bei mir schon, oder? Und ich treff dich noch nicht mal auf den Meter. Es wird Zeit für ein Gedicht. Nee, Wilke. Nee. Doch. Ich mach das nicht. Doch, einmal, ein letztes Mal. Los. Ah, Chalapeno. Chalapeno. Hey, Mama. Mama. Das ist immer noch komplett falsch. Das schrieb mich nicht. Wie ist denn mit dem Scheiß angefangen? Was? Aus sechs Ecken da Augen mit zu schießen. Kinderparty und du schreist hier rum, oder was? Ich klipp mich gleich wirklich auf. Weiß nicht nur, du schreibst mir die Nachricht. Hier gibt's was umsonst. Und ich muss mit dem Scheiß lügen, was du mir herklaufen. Blutdruck wieder unten. Ja. Wir sehen uns Samstag. Ja, wenn's sein muss. Schön, dass du hier warst. Ja. Und nächstes Mal kannst du gleich das Essen dann servieren, ne? Hast du hier nicht? Nein. Vielen Dank.